Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Merlin Placeiopolis. Ein neues Modpack, das ich an eurer Hilfe entdeckt habe. Und vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare, für die ganzen Vorschläge. Ich habe mal eins rausgepickt, das ich ganz interessant finde. Und ja, ihr seht es schon, es ist alles ein kleines bisschen nass. Also wir sind hier, wir sind hier abgesoffen. Es ist alles nur Wasser, es ist nur Wasser. Und wir sind in dieser kleinen Hamsterkugel hier und müssen uns hier mal wieder an die Weltherrschaft ranwagen. Okay, ich sehe da unten schon ein paar kleine, da sind ein paar Bäume, da sind ein paar Ruinen. Da drüben ist irgendwas mit einem Skelett und einem Bunker. Ich habe keine Ahnung, feindliche Mops sind schon wieder unterwegs. Und ja, wie gesagt, wir haben hier nur unseren kleinen, es regnet, Hauptsache es regnet. Gut, dass ich das Wetter gleich mal deaktiviert habe von den Geräuschen her. Sind ja hier geschützt in unserer Hamsterkugel. Und, ah, wo wollte ich hin, was wollte ich sagen? Jawohl, es ist ein Quest-Modpack. Wir haben hier wieder einige, einige, einige an Quests zur Verfügung, die wir machen können. Und ich würde sagen, wir schauen gleich mal ins Quest-Book mit rein. Denn wir haben am Anfang mal eine kleine Info. Also, ihr seht es hier schon, haben wir tausende von Quests zur Verfügung. Ich denke, da werden wir uns schon ein bisschen durchleiten, was alles zu tun ist. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Willkommen in Xeopolis, ein Water-Based-Questing-Modpack. Und wir bekommen Seabucks dafür. Wir bekommen hier quasi Erwährung. Es gibt hier auch einen Shop, ganz unten. Zack, können wir mal kurz reinschauen. Oder auch nicht. Useful Items. Genau, hier können wir alles mögliche an Zeugs kaufen. Windturbine. Ha, die kann man nicht craften. Oder? Ah nein, ich kann die nicht anklicken. Kann man die craften? Kann ich die Sachen, die im Shop sind? Doch, ich kann ganz mal craften. Okay, aber ich kann es mir auch kaufen. Okay, schon mal interessant zu wissen. Wie gesagt, also Shop mit allen möglichen Items. Seamoth. Krasse Sache. Flippers. Powercell-Vitamins. Morphing-Tool. Okay. Okay, also Shop ist hier. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter bei Informations. Die Quests werden dir auf deinem Weg helfen. Okay, das ist schon mal gut. Kill-Quests benötigen, dass du das Mob killst. Okay. Ja, macht Sinn. Kill-Quests benötigen, dass man das Mob killt. Wenn man ein Kapitel beendet, completed, also das CC, die Challenges completed. Chapter Challenges CC, bekommt man ein Special Reward. Okay. Es gibt bei jedem Kapitel immer so CC1, CC2, diese Complete Challenge. Okay, Feeder Beast Ultimate ist wieder mit drauf. Das ist standardmäßig unter der Escape-Taste dieses kleine Hütchen. Ich habe es bei mir umgelegt, aber ich denke mir, es macht Sinn, wenn ich es kurz einmal erwähne. Es ist quasi sowas wie Ohr-Excavation ist mit drauf. Okay, man kann es im Team spielen, auch ganz nice. Man hat zwei Blöcke über dem Sea-Level, also über der Wasseroberfläche. Die sind safe. Alles darüber ist toxic, ist vergiftet. Oh, da bekommt man Poison. Das heißt, wir können zwar über Wasser gehen, aber sobald wir einen Block weiter nach oben gehen, werden wir vergiftet. Das bedeutet nichts mit oben bauen, ja doch, ja, aber halt keinen Block drüber bauen. Also Wasseroberfläche kann man noch bauen. Drüber ist alles Lava. Der Himmel ist Lava, so ungefähr. Questline haben Sub-Questlines. Okay, muss man genau schauen. J, also Journey Map ist mit drauf. Kann man eine Fullscreen-Map aufrufen. Und man kann mit den Sea-Bucks Items im Shop kaufen. Das haben wir ja schon gesehen. Und damit haben wir auch das erste Kapitel schon fertig. So schnell geht es. Aber ihr seht es selber. Also wir haben hier einige Kapitel zur Verfügung, die wir uns durchbetteln müssen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal bei Starting ab. Wobei, ich glaube, da brauchen wir nicht viel schauen. Wir müssen halt einen Outlock besorgen, Planks besorgen, ein Crafting-Table, Handheld-Crafting-Table. Also das ist üblich. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir haben 10 Sea-Bucks mittlerweile schon bekommen. Wie gesagt, Feater Beast Ultimate ist mit drauf. Wieso lädt es da? Da lädt es tatsächlich kurz. Es ist hier drauf, dass man mit Sneaken das Ganze wieder groß machen kann. Was ganz nice ist, denn ansonsten wartet man hier ewig. Das ist immer ein bisschen doof. Aber so weit, so gut. Okay, jetzt hat es nicht gelegt. Keine Ahnung. Vielleicht war das nur das eine Mal. Ich hoffe mal, dass es nicht ständig ist, wenn wir irgendwas... Ähm, wenn wir... Wenn die Bäume abbauen... Na, okay, es war nur das eine Mal. Wir haben auch diese Quest erfüllt. Wir sollen ja einen Apfel besorgen. Wir bekommen hier immer Kohle dafür, was ganz nice ist. Ist besser, als wenn man gar nichts bekommt. Sea-Bucks. Nicht zu verwechseln mit Starbucks. Okay, dann das Übrige. Äh, einmal ein... Nein, stopp. Ah, muss kurz ins Inventar legen, sonst checkt er es nicht. Mal alles weg damit. Genau, dann können wir schon mal hier... Einen Crafting-Table hin platzieren und... Eine Crook craften. Nein, ich habe bloß noch ein Sapling übrig. Dann ist es gerade gut, dass wir hier die Crook bekommen haben. Dann bekommen wir zumindest einmal ein paar mehr Saplings raus. Jetzt hat es auch wieder gelegt. Ah, das könnte noch doof werden. 16 Saplings. Das ist gut. Denn jetzt können wir uns nämlich gleich mal weiter an die... An die... Ähm... Silkworm-Quest ranwagen. Dass wir uns hier gleich mal ein Bett und einen Spawnpunkt machen. Ich weiß zwar nicht, ob das hier... Können wir eigentlich schon mal zwei reinpacken. Aber das geht normalerweise eh relativ flott. Naja, okay, es zieht sich ein kleines bisschen. Okay, wir haben hier, hier, hier. Gibt es da nicht? Ich glaube, es gibt hier oben Rewards. Äh... Okay, ich kann die alle auf einmal claimen. Dann schauen wir mal weiter. Wir können uns Wooden Shears craften. Wir können uns eine Chess craften. Chess, glaube ich, macht schon mal relativ viel Sinn. Denn wir haben schon mal wieder jede Menge Müll mit dabei, den wir nicht brauchen. Ah, da gibt es wieder Spezialchests. Ich mag das nicht. Ich meine, es ist zwar ganz schön, dass die optisch schön ausschauen, aber dann hat man immer verschiedene Quests und es ist immer doof. Ich finde es ein kleines bisschen doof. Ähm... Ich platziere mal... Machen wir es mal so. Kann ich den umcraften? Ah, wobei, es ist ja dort gestanden. Ich kann ein Crafting Table on a Stick... Wie war denn das Rezept dafür? Aha. Okay. Das ist machbar. Zumindest braucht man keinen Crafting Table, um einen Crafting Table on a Stick zu craften. Das ist doch schon mal was wert. Jawohl, okay. Und dann können wir unsere Chests hier auch zusammen platzieren. Und zack. Das sieht auch schon relativ gut aus. Die Kruk hat auch einigermaßen vernünftige Haltbarkeit. Ich glaube, wir sollen hier drei Wolle craften, vermute ich mal. Ähm... Und ein Bett. Machen wir doch gerne. Äh... Da muss ich mich erst dran gewinnen, dass ich hier den Handheld Crafting Table in der Hand habe. Na, kannst du jetzt bitte das Bett craften? Vielen Dank. Und dann gehen wir einfach mal da her. Platzieren unser Bett. Respawn Point Set. Ich... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo wir, ähm... Aufwachen würden, wenn wir keinen Respawn Point hätten. Wäre natürlich immer interessant. Ah ja. Wir haben natürlich hier eine, eine Traptor. Und haben hier auch Zugang zum Wasser. Also wir können hier rein, aber... Ich sehe schon, da sind ein paar feindliche Mobs. Hätte ich fast komplett vergessen. Ist natürlich wichtig, in einem Sea-Quest-Modpack, dass wir Zugang zum Wasser haben. Oh je, meine, meine Skills sind mal wieder on top. Nebenbei immer die Bäume platzieren. Jawohl. Und dann können wir uns auch schon mal... Driftwood Lock... Created when locks are dropped into water. Und Blanks gibt es auch noch. Sprich, wenn ich das Zeug da reinschmeiße... Tatsächlich. Bekommen wir Driftwood. Kann man das für irgendwas brauchen? Okay, er wurde ein Blade, aber das geht mit jedem. Hm. Gute Frage. Jetzt haben wir hier das blöde Driftwood rumliegen. Kann man gleich mal wieder die Kiste zumüllen. Also, The One Probe ist mit drauf. Materials in New Tinkers Construct ist mit drauf. Aber da hat sich einiges geändert, habe ich gesehen. Also da müssen wir mal schauen. Da hat sich ein bisschen was getan. Was zum Essen wäre ganz nice. Sprich, wir ziehen uns jetzt mal einen Apfel rein. Jawohl. Was haben wir denn noch? Wooden Shears. Vermutlich nein. Nein. Hm. Schier. Mit einem Zahndraht. Okay. Brauchen wir noch ein paar Holzplanken. Okay, haben wir schon mal jede Menge Oakleafs bekommen. Immer den Baum gleich mit abbauen. Das darf ich nicht vergessen. Denn dann können wir uns schon wieder... Was habe ich denn jetzt gemacht? Hä? Ist meine Taste hängen geblieben? Warum habe ich mich jetzt vorwärts bewegt? No idea. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich das jetzt geschafft habe. Ist auch egal. Solange es nicht öfters passiert. Wines. Sollen wir uns... Wie sollen wir denn jetzt? Wines. Just in some craft. Ah, okay. Einfach nur drei Oakleafs. Okay. Und dann bekommen wir Wine Rose. Wine Rose 4RM. Ich würde sagen, die platzieren wir gleich mal hier. Die kann sich gleich mal vermehren. Ich weiß zwar nicht, für was wir es brauchen. Aber für irgendwas werden wir es dann schon brauchen in der Zukunft. Egal. Dann haben wir noch... Ähm... Kleinigkeit war glaube ich noch übrig von unserer Questseite. Eine Bowl. Okay. Ist nicht meine erste Wahl, aber okay. Dann craften wir uns jetzt eine Bowl. Und... Water Breathing für 25 Sekunden. Fluid to Item Recipe. Wasser Bowl. Sie muss die Bowl da reinschmeißen. Ich meine, es macht... An sich macht direkt Sinn. Wieso geht das unter? Sollte es nicht schwimmen? Ja, okay. Eine Schüssel mit Wasser geht natürlich unter. Tatsächlich. Water Bowl. Äh. Man, ich bin schon wieder zu doof, da rauf zu hupfen. Tatsächlich. Water Breathing für 25 Sekunden. Und ich habe die Schüssel wieder bekommen. Es war ein bisschen komisch, dass ich die gegessen habe, die Schüssel. Und nicht getrunken. Aber egal. Hauptsache es schmeckt. Hauptsache es schmeckt. Und wie gesagt, wir haben Water Breathing. Jawohl, dann haben wir die erste Questseite. Nein, wir müssen noch... Oh, Fishing Rot. Ähm. Fishing in the Sea will get a range of different items. Ja, man bekommt verschiedene Items. Das hätte ich fast vermutet. Aber egal. Damit haben wir das Kapitel nämlich auch schon wieder abgeschlossen. Und können hier einmal draufklicken. Habe jetzt die schon alle bekommen. 30 Stück haben wir schon. Nice. Können wir uns da schon was kaufen? Egal. Ja, brauchen wir jetzt noch nichts kaufen. Ich würde sagen, wir gehen weiter und schauen einmal, wo denn Tag. Storage Draws können wir uns craften. Aber okay, wir haben momentan nicht. Und Tinkers Construct. Tinkers Construct wäre vielleicht ganz interessant. Dass wir uns hier zumindest einmal unser Basic Toolset hier craften. Ähm. Habe ich genügend Sticks? Jawohl. Holen wir uns noch einmal ein paar Saplings. Und dann würde ich sagen, machen wir noch einmal einen, 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 einen Stringbaum. Denn, ich habe schon gesehen, ähm, für, na sag schon, für das 7 brauchen wir natürlich hier Strings. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir uns nochmal einen zweiten Stringbaum. Ähm. Und, nein, ich wollte hier rein. Und dann müssen wir natürlich hier das Übliche machen. Die üblichen 4 Verdächtigen. Ich vermute einmal, dass sie die Rezepte nicht geändert haben. Ähm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber, nein, es schaut gut aus. Machen wir jetzt gerne mal 15 Stück. Dann brauchen wir noch eine Kiste. Einen Crafting Table. Crafting Station. Ah, den brauchen wir gar nicht. Crafting Station? Hä? Okay. Ähm. Doch, brauchen wir schon. Tinker Station. Part Builder. Die Rezepte haben sich geändert. Interessant. Einen Part Builder. Und eine Tinker Station. Ja, ich habe gesagt, da hat sich einiges geändert bei der Mod. Da müssen wir schauen. Da müssen wir wieder alles neu lernen. Können wir schon mal hier aufbauen. Ähm. Brauchen wir die Crafting Station überhaupt? Die brauchen wir hier gar nicht. Tinker Station. Okay, also es schaut so aus, dass wir hier unsere Teile bauen. Es gibt das Stencil Table nicht mehr. Interessant. Uh, zwei Sticks, ein Chest und ein Plate oben drauf. Ähm. Eine Chest. Ah. Part. Chest. Machen wir es so. Ah, da fehlen uns noch Sticks. Kein Problem. Machen wir uns noch Sticks. Eine Part Chest. Jawohl. Und dann können wir uns schon die ersten Werkzeuge craften. Ich meine, das macht jetzt momentan noch keinen Sinn, weil wir, ähm. Ja, Stone Pickaxe. Doch, wir sollen uns eine, eine, eine Wooden Pickaxe craften. Können wir gerne machen. Ähm. Ähm. Muss nur rausfinden, wie. Okay. Ein Tool Rod und ein Binding. Und ich vermute mal ganz stark, wir sollen das Ganze dann da reinschmeißen. Und bekommen eine Wooden Pickaxe. Ähm. Ich brauche den nicht, ich habe die Crafting an einem Stick. Der müllt mir bloß mein Inventar zu und das sind vier Holzplanken, die schmeiße ich jetzt weg. Den schmeiße ich weg. Brauchen wir nicht aufheben. Ähm. Das war das Falsche. Ich wollte es eigentlich mit der Crook abbauen, aber okay. Da habe ich mal wieder zu Bild rumgeklickt. Egal. Ich würde sagen, wir schauen gleich weiter. Holen uns deshalb. Ja, okay. Ähm. Fehlt uns natürlich hier noch das Nächste. Das bedeutet, das können wir leider nicht fertig machen. Aber wir können uns unsere, ähm. Unsere C-Bucks abholen. Okay. Und wir bekommen wirklich alle. Es hat am Anfang so ausgeschaut, das würden wir nicht alle bekommen. Aber wir hatten 30, eins habe ich per Hand abgeschlossen und jetzt haben wir nochmal fünf weitere bekommen. Ich würde sagen, ich schmeiße mal alles rein, bis auf das Zeug, das Zeug und dieses Zeug. Ja, genau. Sehr schön. Dann können wir weiterschauen. Ich denke, das Nächste war, glaube ich, das Sieb. Aber da müssen wir jetzt nochmal schauen, wo geht es denn hier los. Der Pfeil geht hier rüber. Geht hier runter. Okay, schaut so aus, als wäre es wirklich das Erste tatsächlich der Wodenhopper. Ich glaube, ich kann gleich mal vier Kisten machen. Die werden wir immer wieder brauchen. Und nochmal ein kleines bisschen mehr Holz. Für einen Wodenhopper. Ich weiß nicht, warum ich den jetzt ins Inventar gelegt habe. Ich brauche den momentan gar nicht. Warum habe ich den jetzt gecraftet? Ich meine, weil es eine Quest ist, ganz klar, aber... Ah, jetzt habe ich das abgeschlossen. Das blöde Seabug. Weil es eine Quest ist... Oh, das Erste, das wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir das gleich machen, bevor man überhaupt mit dem Sieben anfängt. Dass man gleich einmal einen Wodenbarrel hier aufbaut und gleich einmal für Erde sorgen. Denn Erde ist immer zum Sieben und whatever. Ich weiß nicht, für was wir das genau brauchen. Aber ich denke, wir werden es mit Sicherheit brauchen. Nein, nicht den Apfel da rein. Mach die Blätter da rein. Von dem her... Von dem her... Ja, okay. Mini-Turt Factory. Also wir sollen hier... ...16 mal Erde herstellen. Okay, Erde da drauf. Jawohl, habe ich verstanden. Dann kann man das Ganze anzeigen lassen. Okay, man kann auch so das da reinschmeißen. Sprich, wir könnten theoretisch wirklich den kompletten Baum da rein verfeuern. Was aber eigentlich auch wenig Sinn macht, denn wir bekommen ja durch die Blätter relativ viel Zeug raus. Oh, wir haben schon unsere erste Erde. Okay. Ähm, okay. Das war natürlich wieder super schlau. Kann ich die reparieren? Dass ich das vorher mit der Pickaxe abgebaut habe. Habe ich natürlich meine komplette Durability schon wieder verballert. Okay, also ich kann es reparieren. Halb so wild. Okay, haben wir es repariert. Holz ist ja wirklich eine Ressource. Die haben wir zur Genüge. Warum lege ich das eigentlich immer raus? Könnte ich gleich da drinnen lassen. Okay, weiter geht's. Wir sollen uns ein Sieb craften. Basic Sieb braucht ein Mesh. Man kann 5 mal 5 Siebe miteinander verbinden. Okay, das heißt, ich kann 5 Siebe aufstellen. Ah, da braucht man den Wodenhopper. Da braucht man sogar 3. Ja, krass. Dann macht das Ganze schon wieder Sinn. Ein Sieb, bitteschön. Dankeschön. Und wo ist meine Kiste? Da ist meine Kiste. Immer fleißig nachlegen. Und dann vermutlich noch ein String Mesh. Nein. Nein. Sag einmal, funktioniert hier überhaupt irgendwas, wie ich das... Da brauchen wir die Vines dafür. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5 Vines dafür. Okay, also hier wurde wirklich einiges verändert. Okay, das ist noch am Wachsen. Dann müssen wir hier doch nochmal... Was wollte ich? Ich wollte mehr Vines craften. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Darf ich gleich nochmal mehr Oakleafs besorgen. Und String haben wir auch. So weit, so gut. Zack, jawohl. Und damit haben wir unsere... Das sind die Quests. Immer wenn eine Quest abgeschlossen ist, dann lagts kurz. Was ein kleines bisschen doof ist. Aber egal. Packen wir mal hier her. Und da ist jetzt die große Frage. Was sollen wir überhaupt durchsieben? Wir sollen... Erde durchsieben. Für Pebbles. Das macht natürlich jetzt wenig Sinn. Denn ich brauche natürlich jetzt erst einmal meine 16 Erde. Ich würde sagen, wir machen noch einen kurzen Cut. Und ich besorge einmal die Erde. Okay, ich habe jetzt einmal ein kleines bisschen Erde besorgt. 16 Stück haben wir gebraucht. Ich habe jetzt einmal 32 gemacht. Weil noch Leaves übrig waren. Und habe mir dann auch nochmal Oakleafs gemacht. Denn ich habe gesehen, die kann man auch sieben. Beziehungsweise die müssen wir auch sieben. Und jetzt ist die große Frage. Meine Maus hat ja so einen Klicker mit dabei. Funktioniert der oder funktioniert der nicht? Ah, er funktioniert nicht. Das ist schade. Das ist schade, aber okay. Bedeutet, wir müssen halt ein kleines bisschen langsamer drauf warten. Ich würde sagen, ich siebe einmal das ganze Zeug hier durch. Beziehungsweise hier bekommen wir Stone Pebbles raus. Und was bekommen wir hier raus? Müssen wir mal schauen. Bis jetzt gar nichts. Aber ich glaube, wir sollten hier Icons oder Saplings oder irgendwas in der Richtung rausbekommen. Ich hoffe, es wird gleich mal was rauskommen. Ist da nicht irgendwo gestanden? 10% Chance. Das heißt, wir haben eine 60%ige Chance, dass was rauskommt. Okay, hier haben wir unseren ersten Oxid rausbekommen. Ich würde sagen, ich siebe einmal ganz kurz durch. Okay, und da ist er auch schon durch. Ich würde sagen, wir schauen einmal, was wir rausbekommen haben. Okay, also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Saplings rausbekommen. Das ist schon mal ganz gut. Die müssen wir jetzt glaube ich nur noch mal kurz umwandeln, damit wir hier auch die Quest abschließen können. Sprich, einmal bloß kurz setzen, wieder abbauen. Jawohl, dann haben wir das, was wir brauchen. Muss ich natürlich dann mit alle machen, weil sonst müllen es mir das Inventar wieder zu, was natürlich doof ist. Und noch einmal den hier und einmal den hier. Genau, und dann haben wir die Quest abgeschlossen. All the Saplings. Ist doch schon mal ganz nice. Genau, jetzt müssen wir uns noch die Steine zusammencraften. Jetzt ist die Frage, kann ich das mit K? Ja, ich kann es mit K kombinieren. Das ist auch ganz genial. Basalt. Ja, krass. Das ist neu. Okay, aber wir spielen ja auch in der 1, 16. Von dem her haben wir hier auch diese Quest erfüllt. Haben wir da Clean Stone rausbekommen? Wir bekommen da Clean Stone raus. Interessant. Wie machen wir denn dann Stonehammer? Okay, mit zwei irgendwas Stein und zwei Sticks. Haben wir noch Sticks? Jawohl. Und es war ja klar, dass Basalt nicht funktioniert. Dann nehmen wir eben Granit. Und dann haben wir unseren Stonehammer. Genau, jetzt können wir natürlich Sawdust klein machen. Oh, mein Inventar ist zugemüllt. Mein Inventar ist komplett zugeschrottet. Alles weg damit. Die Strings können auch weg. Was wollt ihr machen? Ich wollte Sawdust erzeugen. Ich weiß gar nicht, wie viel bekommen wir da raus. Zwei Stück. Machen wir mal vier Stück. Oder wie viel brauchen wir hierfür? Brauchen wir vier Stück für eine Cardboardbox. Ich suche immer den Crafting Table. Immer gehe ich rum und suche den blöden Crafting Table. Cardboardbox von Mechanism. Die ist ganz nice. Damit können wir jetzt hier unsere Chest mitnehmen und dann woanders wieder hin platzieren. Kann ich das wieder... Ah, okay. Ich bekomme die wieder zurück. Sprich... Ach, komm. Ab in die Kiste damit. Aber es ist ganz nice, dass wir hier die Kisten transportieren können. wird uns einiges an Arbeit irgendwann einmal ersparen, wenn wir das brauchen. Bäumchen machen wir wieder weg. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Ich habe gesehen, wir haben hier die Quest. Wir sollen 64 von jedem Log machen. Können wir das da herinnen überhaupt machen? Ich meine, kann ich da herinnen... ...an Jungle Sapling einsetzen? Zum Beispiel? Oder an Spruce Sapling? Okay. Also Spruce Sapling funktioniert schon mal. Jungle Sapling? Geht das auch? Akazia müsste sowieso funktionieren. Jungle? Funktioniert auch. Ja, nice. Okay. Und Dark Oak? Okay, da brauche ich natürlich dann... ...mehr... ...das ist geleckertes Nerv mir ein kleines bisschen. Dark Oak brauche ich dann natürlich mehr Dirt, ganz klar. Aber den Dirt, den habe ich jetzt alles durchgesiebt. Habe jetzt nicht darauf gedacht, dass wir noch mehr brauchen. Egal, kann ich ja noch mehr besorgen. Ist dann eine kleine Offscreen-Arbeit. Und ja, dabei wird es auch bleiben, denn... ...ich glaube, wir haben hier einiges geschafft. Ich muss jetzt natürlich dann alles Mögliche noch besorgen. Ich muss fischen. Yay, das freut mich natürlich ganz besonders. Aber ja. Das wird noch interessant. Das wird interessant. Egal. Ich würde sagen... Ich drücke die falsche Taste. Nein, ich würde sagen... ...da für... ...da mit... ...da... ...brain AFK. Da kümmern wir uns nächste Folge drum. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Ich habe keinen Plan. Völlig verwirrt. Aber egal. Wie gesagt. Kümmern wir uns dann einfach in der nächsten Folge drum. Ich denke, die Zeit ist schon wieder relativ weit vorgeschritten. Muss ich mal schauen, wie ich das wieder zusammenschneide. Egal. Ich würde sagen... ...es könnte ein ganz interessantes Modpack werden. Schauen wir es uns mal ein bisschen an. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ganz klar. Und ja, dann bleibt mir ein, nur noch zu sagen... ...ich wünsche euch einen wunderschönen Tag... ...und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.